Okay, dann gehen wir mal den Stripclub aufräumen. Müssen wir da auf die andere Seite? Glaubt fast, ne? Ups! Genau, schwimm mal ein bisschen schneller, Junge. Ich meine, wer kennt das nicht, ne? Wenn man irgendwo eine Abdrücke zunehmen will, mache ich hier bei uns auch immer so. Einfach mal schnell in den Neckar gesprungen, auf die andere Flussseite, für was denn die Brücken nehmen. So. Boah, können wir da noch was abzocken? Hallo! Grüß euch! Boah, was ging denn hier ab? Blutdicke Fußspuren. Alter! Kühlschrank scheint auch leer zu sein. Shit, das kann ich auch nicht kaputt machen. Bam, bam! Nö. Jetzt dachte ich, ich könnte hier noch jemanden abziehen. Immer da. Da wird die hier außen, ne? Da wird hinterm Haus ein Lagerfeuer gemacht und so Späßchen. Okay. Ey. Ey. Kann ich da hoch? Da komme ich nicht hoch. Warum komme ich denn da nicht hoch? Ich glaube, den Laster könnten wir klauen. Oh. Alter, mach die... Mach das Gedudel aus. Jawohl, den Lasterclown, mit dem wir nicht rauskommen. Doch, wir kommen raus. Kommt man da durch? Ist doch nur Holz. Jawohl, so sieht's aus. Alter, mach dich doch mal von Acker. Ah, da hätten wir wieder abziehen können. Boah, saubere Kurvenlage, das Teil. So, den Laster werden wir jetzt so schnell nicht verlieren, denke ich. Was ist denn? Bleib doch entspannt. Was war denn da? Ein Grafikfehler. Cool. Der steht bei uns halt vor dem Laden. Aber das ist doch ein Laden für liebe Leute, oder? Was denn, Schnicke? Alles klar? Chica. So. Das wird für eine. Verbleibender Schaden, 15.000 Dollar. Uh, nicer Schuppen. Screenshot. Ich muss mal gucken, ob ich das Beep irgendwie abschalten kann. So, was haben wir denn hier? Äh, feindliche Zone. Prostitution. Okay. Krieg ich einen Drink? Meister. Gib mir mal was zu trinken. Ich will den in die Kasse leer machen. Sieht der mich so? Äh. Ah, okay. Ich muss dadurch Schaden anrichten. Ah, die... Jetzt hab ich's verstanden. Der ist 15.000. Das ist der Schaden, den wir anrichten müssen für unsere Gegner. Aua. Stimmt was nicht mit dir, Freund. Mach dich platt, Alter. Komm mal her, Boy. Ja, komm her. Meinst du? Voll abgestochen, der Typ, Alter. Voll abgestochen. Meinst du? Wo kommen die denn? Ach, da oben die Treppe runter. Shit, das hab ich nicht gesehen. Ist die hier raus? Nee, ne? Schade. Oh, was haben wir denn hier? Revolver? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Alter. Was stimmt denn nicht mit denen hier? Wo bin ich denn hier hin? Hallo, Chica. Oh. Ja, man muss auch mal ein Gemälde von der Wand klauen. Siehst mich nicht. Was ist da? Hast mich nicht gesehen. Und... Meins. Oh, da ist nochmal. Und nochmal meins. Meine sind auch selber dran schuld, wenn die die Kohle hier so, ähm... Ah ja, da ist ein Böser, da ist ein Böser. Alles böse, Boys. So wie das aussieht, kommt der Böse sogar hierher. Gibst du den Schinken auch dritten, oder was? Komm her. Komm her. Oh, sind die dämlich. Ja, wo... Komm doch her. Ist der einer von uns? Hat keiner gesehen. Glaubst du? Komm her. Ja, komm, wo ist er denn? Steile Frisur, Freund. Bam. Und noch einer. Verdammt, Mädels. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt. Denkste? Komm der Kasper jetzt her. Ah, der kommt von oben. Hatt das, schau an. Komm mal runter hier. Komm runter. Ja, wo bist du denn, Freund? Da ist er ja. Liegt auch perfekt. Können wir gerade so liegen lassen. Kohle. Die Mädels sind oben, also gehen wir mal hoch. Okay, okay. Na? Oh Gott, die, die, die wollten... Ja, komm raus hier. Sobald du hier aus bist, geh zu Kassandra ins Pierced Heart. Sie hilft dir. Seid's alle drin? Sag's weiter. Jede Frau, die Hilfe braucht, soll ins Pierced Heart gehen. Danke, danke dir. So. Schaffen wir uns dieses Stückchen. Brutale Überwältigung. Wenn du dein Gegner ausschaltest und du gleich all seine Kumpel in der Nähe betäuben willst, benutze eine brutale Überwältigung. Halte B gedrückt und lass innerhalb des markierten Fensters los, okay? Scheiße. Ich such Deckung irgendwo. Licht ausgepustet. Okay, Notiz lesen. Sagt Charlie, es war eine gute Woche. Ronnie hat Zeug für etwa fünf Riesen verkauft. Gene hat etwa sieben Riesen reingebracht. Das sollte uns Richie vom Arsch halten. Okay. Ja, jetzt ist leider nix mehr, ne? Weil? Keine Kohle mehr. Was? Was? Ja, was ist da los? Boah! Zack, der Nächste bitte. Okay, die haben noch voll, aber den Boy packen wir hier mal weg. Oh nein! Komm, Freund, kannst in der Badewanne schlafen. Und gute Nacht. So, da habe ich irgendwo noch Kohle vergessen. Da komme ich nicht hin, schade. Ist die Suche nicht auf, Bürstchen? Was hast du denn? Ich frage mich immer noch, wann sie diesen Herr aus von der Stimme des Holle und Knappen. Der sollte lieber aufpassen. Anwand. Er geht nirgendwo mehr hin! Ich hab ihn voll erwischt! Ach, was ein Pisse. So, sonst noch jemand was. Nicht hier. Bald kann er nicht sein. Komm mal her, du. Wer ist da? So, was machen wir mit dem? Der war doch noch gar nicht tot. Oh, jetzt scheint das zu sein. So, wo können wir denn noch Kohlen? Ah, guck an. Da können wir uns erstmal ein bisschen Munition mitnehmen. Ähm. Nö, ich will ja bloß... Ist da noch irgendwo jemand? Nö. Ach, war das der... Ach, das trug's an. Das war der Dödel, der uns da... Da war aber doch... Irgendwo ist da noch Kohle. Die will ich haben. Da schaust du ja noch ein paar Scheinchen. 1.500 Dollar. Oh, wir haben 5.500 Dollar in der Tasche. Wir müssen unbedingt ein Tresor packen. Okay. Irgendwo haben wir noch ein bisschen Kohle vergessen. Schade. Ah, da kommen wir nicht raus. Okay. Ist. Ich dachte, wir kommen da vielleicht raus. Ist da runter? Ah. Ach, komm schon. Den ganzen Weg wieder zurück. Ja, aber wenigstens haben wir sie alle platt gemacht, ne? Komm, hier machen wir mal die Tür zu. Hier sieht's ja aus. Er geht nicht. Schade. So, ist hier irgendwo noch... Was ist denn da hinten für eine grüne... Oha. Na, ladies. Und gentlemen. Ich hab mir nicht so ganz rausgefunden, was die grünen Punkte da auf der Minicad zeigen. Nein, hab ich nicht. Böse Menschen tun böse Dinge. Die versteht, dass ich verschwinden muss. Gibt's hier nochmal Kohle? Ach, da liegt nochmal Kohlen. Tja, meine. So, kann ich hier auch noch was kaputt machen? Ach nee, hier war ich auch schon, ne? Rede mit Donovan. Ah, da steht doch noch so ein Dödel rum. Können wir auch noch platt. Hallo. So. Komm her, Boy. Du kommst in den Müll. Da sieht's gut aus. Tja. Und dann... Gucken wir mal, dass wir Donovan finden, ne? Wenn wir mit ihm reden sollen. Klarer Fall. Ja.